Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Für alles gibt es eine Saison, auch für die Früchte und Gemüse in unseren Läden. Eine Ausnahme macht Bananen. Sie hat immer Saison und ist zu jeder Jahreszeit erhältlich. Die meist exportierte Tropenfrucht ist auch bei Coop die Nummer 1. Die Tollbanane ist beliebt, sie kann mit aussergewöhnlichen inneren Werten auftrumpfen und hat von Natur aus eine perfekte Verpackung, die sich problemlos in die Sorgen lässt. Für alle, die Bananen gerne haben, ist sie darum einfach der bessere Snack. Für Kinder und Jugendliche ist die Tollbanane ideal für die Pause. Sie enthalten reichlich Vitamine und energiespännende Kohlenhydrate. Sie macht satt und stillt den Appetit auf Süsses. Sportler fahren darauf ab, weil die Tollbanane verbrauchte Energie sofort zurückbringt und die Verdauung nicht belastet. Auch Austausportler verzehren darum vor und während des Wettkampfs mit vorlieben Tollbananen. Reichlich Vitamine und Mineralstoffe sind für die älteren Menschen lebenswichtig. Die Tollbanane kann also auch an die Ernährung unserer Senioren einen wertvollen Beitrag leisten. Für eins ist die Tollbanane allerdings nicht verantwortlich. Fürs Dickmachen. Mit nur 81 Kalorien pro 100 Gramm gehört sie zu den fettarmen Lebensmitteln und zu einer ausgewogenen und gesunden Ernährung. Die Tollbanane kommen übrigens hauptsächlich aus Honduras, Costa Rica, Panama und Kolumbien. Wegen der warmen tropischen Sonne, dem fruchtbaren Boden und dem vielen Wasser in dieser Region haben diese Bananen aus Mittelamerika einen besonders hohen Qualitätsstandard. Was es alles braucht, bis die aussergewöhnliche Frucht auf der Tollplantage abpflückt und zu uns verschifft werden, zeigen wir Ihnen in einem von unseren nächsten Coop Studios. Etwas ganz anderes sehen Sie jetzt, nämlich den neuesten Spot von Gemet im Markenfenster. Vielleicht finden Sie ihn ja sexy mit Ihrem Lippenstift, aber eher. Jetzt neu von Gemet, der kussechte Lippenstift Rouge Non-Stop. Einmal auftragen, hält non-stop und färbt nicht ab. Rouge Non-Stop trägt sich angenehm und trocknet die Lippen nicht aus. Rouge Non-Stop, stundenlang spurensichere Farbe, top im Trend und viel verführerischer. Wenn nur alles im Leben so angenehm wäre. Neu, der kussechte Lippenstift Rouge Non-Stop, eine Innovation von Gemet. Bekannte Marken, die Sie bei uns kaufen können, haben ein neues Gesicht bekommen. Den Incarom zum Beispiel. Den löslichen Kaffeeextrakt gibt es jetzt neu in einem praktischen Glas, welches sich, wenn es leer ist, noch besser zum Nachfüllen eignet. So bleibt das Aroma des Incarom viel länger frisch erhalten. Für besonders milde, bekömmliche Milchkaffee und Kaffee-Creme. Auch Nescafé Gold Deluxe werden Sie ab jetzt in einem neuen Glas antreffen. Die neue Form passt besonders gut zu der perfekt ausgewogenen Mischung von erlesenen Kaffeesorten. Weit über 100 Tassen volles Aroma sind im neuen dekorativen Glas Nescafé Gold Deluxe enthalten. Auch Arnie, der Hauskonfisseur von GO, überrascht Sie mit einer Neuheit. Mit Arnie Weiss Nuss, der extra feine weisse Schweizer Schocci mit ganzen Haselnüssen. Ein weiteres Schocci-Erlebnis von Arnie. Weiss, mild und trotzdem knackig. Wer besonders viel Milch braucht, aber wegen der Kalorien auf die Vollmilch verzichten möchte, hat seinen Bedarf schon lange aus einer familienfreundlichen Grosspackung decken können. Milchtrinker, die aber nicht auf teilentrammte Milch umsteigen möchten, werden sich freuen, dass bei uns nach dem Milchtrinken jetzt auch die Vollmilch in einer 1,5 Liter Packung erhältlich ist. Und zwar zum familienfreundlichen Tiefpreis von 2,40 €. Familienfreundlich sind in der Regel auch die Rezepte von Armin Amrain. Und ich bin sicher, auch der heutige Vorschlag wird der meiste von Ihnen gefallen. Bestimmt! Es ist nämlich ein lustiges Dessert. Und zwar ein Orangenflant mit Orangensalat. Grüezi miteinander! Für ein Flant die Gelatine im kalten Wasser einlegen. Die Eier teilen und die Eiergelb mit Vanillezucker, Zucker, Orangenschalen und Orangensaft gut verrühren. Einen Löffel Maizena mit der Milch verrühren. Lassen aufkochen und zur Orangemasse geben. Dann zurück in die Pfanne gießen und bis zum Kochen erhitzen. Die Gelatine gut ausdrücken und drinnen auflösen. Die Masse mit Mascarpone gut mischen. Lassen abkalken und leicht ansülzen. Geschlagnis Eiweiss vorsichtig drunter ziehen und in einer Sauerform über Nacht fest werden. Den Flant auf die Platte stürzen. Den Orangensalat nach dem Rezept aus der Coop-Zeitung anrichten und alles mit gerüsteten Mandeln garnieren. Ich verspreche Ihnen mit diesem Rezept schon jetzt einen vollen Erfolg und wünsche viel Vergnügen beim Ausprobieren. Die Orangen für das Rezept, das Ihnen Armin Amrain vorgestellt hat, kommen Sie bei uns jetzt günstiger über. 2 Kilo Tarocco aus Italien kostet 2,90 Euro. Auch Kaffirame ist günstiger. Ein ganzes Multipack kommen Sie für 2,30 Euro über. Und mit der Co-Profit Plus Karte gibt es die feine Antikabutter jetzt einen ganzen Franken günstiger. Sie wissen ja, Co-Profit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Auch bei der Co-Bank, dort wird jetzt nämlich die neue Bonusrunde eingeläutet. Neu offeriert Co-Bank nicht nur den Mitgliedern, sondern auch den Inhaben der Co-Profit Plus Karte, das beliebte Anlagekonto CMA. Bis Ende Jahr kommen Sie auf alle neue Einlagen, einen zusätzlichen Bonus von 1% über. Ihr Geld wird also zu attraktiven 2,5% verzinst. Rufen Sie jetzt an auf Gratisnummer 0800 55 42 77 und profitieren Sie von diesem attraktiven Angebot. Die Telefone bei der Co-Bank sind noch bis am 10.00 Uhr besetzt. Was alles in einer Dolbanane steckt und warum sie so gut ist, haben wir Ihnen heute verraten. In einer Woche sehen Sie dann unter anderem, warum das Blumen bei Co-Bank jetzt noch länger frisch bleibt. Bis dann, auf Wiedersehen!